hallo leute willkommen bei einer folge dead by daylight einmal auf die ausstattung geguckt pflanzenöl kettensägen schleifer verstört lobby erstellen los geht's 20 könnte ich finde das er sieht aus wie die hier pokémon ruflichen rot ok los geht's komm 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 machen wir mal das gefühl dass das nichts wird aber gucken wir mal was draus wird schauen wir mal dann sehen wir schon ne ja ein bisschen schnitzeln hier gucken oder gelacht oder wie das heißt ich starte am haus ok ich wollte sagen michelin anwesend einen becken will dann anwesen dem michelin man sein anwesen so auf geht's nein 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 was wo hallo wurde käppchen wie geht's denn so was ich habe doch noch erwischt wird sich verarschen als ob ich ihn nicht erwischt hätte ja komm hallo kennst du trägt noch nicht was hat er Okay, dann lasse ich ihn jetzt, oder? Ich höre ihn doch noch. Hm, ich finde das immer doof, wenn man ja im Prinzip den Killer so voll verarschen kann, mit diesem blöden Haus, hier dieses Haus ist so, bäh, 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 nein, 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 so weit hin, das sind alles hohe Level, die wissen ganz genau, wie man spielen muss, dann ist das auch noch so eine komisch verwinkelte Geschichte hier schon wieder, hallo, so, reicht mir mit dir, du komischer Kappenfred hier, Kappenfred, alles klar, Kappenfred, na komm, jetzt hängen wir hier direkt hin, hallo! schade ich dachte verkriegt sich mal direkt einer und will ihn gleich retten achte ja einen perk an zum rennen schlag euch alle heute mal jeder kriegt mal einen auf den deckel ich hoffe ich bin nicht blind aber die sind bestimmt noch hier in der gegend hallo hängt sich gut was ich jetzt vergisst es wäre jetzt gleich wieder es ist ja nicht so dass man so gleich durch da hat sich das hohe level gleich ausgeblutet so ach scheiß ketten die im weg liegen was sollen das hier oben wird auch gearbeitet wurde gearbeitet war nur gedanken gang ich glaube das wird nicht die eine gute runde für mich das sind geübte ja du stehst um hallo heute ich ignoriere ich weil ich kenne die tricks halbwegs soll ich jetzt so hochlaufen wenn du sowieso gleich runter springt also Nö, nicht nochmal. Noch eine Runde drehe ich nicht mit dir. Noch eine Runde drehe ich nicht. Da laufe ich lieber ein paar Generatoren, aber guckt, dass ihr die nicht macht. Versuche es, jedenfalls. Da wird gearbeitet, wurde gearbeitet, wie auch immer. Hm, 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 hm. Scheiße, da war eben einer verpasst. Das ist so gut wie fertig. Ich würde jetzt zu dem gehen hier wieder. Jetzt haben sie den angefangen, jetzt werden sie den wahrscheinlich auch beenden. Ah, dahinter bist du. Bisschen gesehen. Na, schmeiß mal um. Oh, schauze. Oh, oh, oh. Ja, clever. Ja, ist Ausgang, ich weiß. Ich warte trotzdem. Mir sind zwei lieber. Ja, ok. Was für die Sache einfach. Gott, weit weg alles. Wenn ihr cool seid, macht ihr noch Generatoren. Ja, die stehen da schon. Ja, du lässt du du. Gut, bist du aus einer anderen raus. Naja, hätte nicht sein sollen, aber es waren auch alles hohe Level. Habe ich nicht so viele Chancen gegen, aber ich hab... Ach, naja gut. Hilf ja nix. Muss auch mal schlechte Runden geben. Äh, wir hauen... was haben wir raus? Ja, Geheimkiste haben wir raus. Tuch der Trennung. Ok. Und was noch? Für 5000. Machen wir uns gleich in diese Richtung hier unterwegs. So. Ja, das war schon wieder. Lasst ein Like da, lasst ein Kommentar da, lasst ein Abo da. Lasst da, was ihr wollt. Außer... Hates. Hä? Und... Ansonsten... sag ich noch traumhaften Tag und bis zum nächsten Mal. 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 Mal.